So Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Treasuredinger. Ja, heute ist der 31. Oktober, das heißt, hello Wien, grusel, grusel. Ja, ich habe da frei. Ich glaube nicht, dass ich hier heute auf irgendwelche Gespinster oder Geister treffen werde. Eher vielleicht um Save the Planet oder sonst irgendwas. Lassen wir uns überraschen. Ja, wir sehen uns jetzt erstmal beim ersten Fund. Bis gleich. Viel Spaß. Da steht also Treffer Nummer 1. Guckst du hier? Ein 50er. Hä? Oh man. Da brauche ich nie mal einen Point dafür. Ja, das doch. Das doch schon wieder. Warte, warte, warte. Warte, da ist was drin. Hä? 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 Wie kommt das denn hier? Das ist schon kein Treffekt hier. Keine Ahnung. Ähm, wir sehen uns beim nächsten. So, Treffer Nummer 2. Ja, so, 56. Hallo, was? Das ist schon wieder so was. Das gibt es ja gar nicht. Wo habt ihr das gehört? Scheiße. Hey. Köpke. Scheiße. Ja, gut. Was ist das? Ich sehe es nicht. Warte. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich bin geboren 1735. Gestorben bin ich 1765 in Salem auf dem Scheiterhaufen. Das macht aber gar nichts. Ich mag es gerne heiß. Vielleicht einen vergifteten Apfel? Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Weil Michael Meyers ja eigentlich keine Stimmen haben, werden sie natürlich auch synchronisiert. Einmal der Jason von Hendrik und Michael Meyers von unserem lieben Alex. Ja, so Pfeffer Nummer 1. Was möchtest du denn? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Silber. Silber. Packen wir aus? Nichts da drin oder was? Gummibärchen. Gummibärchen. Ein Schatz. Ein Schatz. Ring. Numero. Genau. So. Signal. Was wird es werden? Boah, was ein Aushub. Silber. Ein Silberbarren. Mau. Zeig mal. Da ist doch irgendwas versteckt, oder? Das ist aber komisch. Ich glaube... Ui. Antike. Antike Haribo. Mittelalterfunk. Ja, römische. Super. So. Ready. Einmal Oberfläche. Wow. Oh. 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 So. Eile Halle. Einmal Oberflächenfund. Das hat ja doch gar nicht gespürt. Oberflächenfund, nur zum Graben zu faul. Ich habe Silber gefunden, kältlichstes Silber, das man essen kann. Ich habe Silber gefunden, ich habe Silber gefunden. Ich habe Silber gefunden. Ich habe Silber gefunden, ich habe Silber gefunden. Das war's. Jetzt wollen wir mal Oberflächen funden. So, ready, nächstes ist Signal. Mal gucken, was wird. Wasser! Schokolade! Nächstes Signal! Bloody Bloody Wasser! Schnecke! Kritschnecke! Schwarz für meine Säge! So was! Oh! Dafür? Rarren! Oh! Ein Barren! Ein Barren! Ein Schokobarren! Der Marke? Cruiser! Hm! Geh mal! Geh mal, hier! Dankeschön! Das ist eine Luftflotte! Jetzt gleich zeig ich auch mal von meinem Aufgang gut zu fix! Haus! Ab doch! Zack, zack, hier! Ab! Alter, was war das denn? Hä? Leute! Hier geht echt eine kranke Scheiße ab! Boah! Ich meine, hey! Immerhin! Immerhin! Gold! Aber! Ich dachte, das wär alles nur ein Traum! Hä? 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 Süße Träumen! Ja, Freunde! Ich hoffe, euch hat die Ausgabe Treasuredinger Special Halloween gefallen! Und lasst mir uns bitte einen dicken Daumen da! Oder auch nicht! Je nachdem! Ich möchte euch bedanken bei der Miri! Beim Hendrik! Beim Klaus! Bei der Petra! Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart! Dass ihr die lange Fahrt auf euch genommen habt! Um mit mir die Folge zu drehen! Auch wenn es kalt war! Nass war! Dunkel war! Lange war! Ja, saukalt ist das! Vielen, vielen herzlichen Dank, ihr Lieben! Wir sehen uns in der nächsten Folge Treasuredinger! Bis dann! Macht's es gut! Immer gut! Von Happy Halloween! Und manche, es gibt jetzt noch ein paar Unchairs! Ciao, ciao! So! Sehr schön! Nein? Jetzt! Boah! Ist das jetzt der Watt der Wicke? Dann ist es gut! Mäht bist du schick! Hoch!? Ja! Ich nehm schon die ganze Zeit auf! Also! Jetzt einfach schon mal auf! Wer nicht für die Ferne Angst! Genau! Bisschen schneiden! Aaaaaaaah! Oberflächengrund! Wir haben eine separate Einstellung, wo wir dann Stimmen haben. Und bitte. Ja, wenn du es jetzt noch in die Kamera gehalten hättest, wäre das cool gewesen. Die Kamera ist hier. Ja. Und da brauche ich die Endeffekt. Und der war jetzt genau... Der war jetzt hier drüben. Ansonsten nicht schlecht. Und vielleicht kriegst du das noch so hin, dass du so richtig... Ich hau dir jetzt die Eier ab. So ungefähr, weißt du? Also, das läuft schon. Mein Name steht. Und? Was geht denn da? Ist deine Stuhle zu locken? Sag die Frau, dann steht er. Ja. Na ja, sie ist auch. Und bitte. Süße Träume. Nochmal? So. Süße Träume. Fast. Background. Eure. So. So. Alles klar. Lilisch. Förelz. Korsai vom Objekt. Förelz. 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 Natürlich meine ich du meinen. Förelz. Mach du mal! Nochmal! Förelz. 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 Das ist gar nicht bald, wenn wir dann nicht mehr. Das ist gar nicht so.